Wie genau wird denn nun die Adresse der Packstation angegeben, wenn Sie zum Beispiel in einem Online-Shop etwas an eine bestimmte Packstation bestellen möchten? Schauen wir uns das einmal an. Also, Ihren Namen tragen Sie wie immer ganz normal ein. Danach geben Sie Ihre persönliche Postnummer beim Adresszusatz ein. Dann geben Sie noch anstatt Straße und Hausnummer das Wort Packstation und die Nummer der Packstation an. Als letztes die Postleitzahl und die Stadt, in der sich die Packstation befindet. Fertig.